So liebe Leute, es geht heute weiter mit Pokémon Let's Go Evoli und ich habe mich ein bisschen umentschieden. Ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, ich dachte, Moment, Knofenza... Oh, scheiße, naja, super, genau das, was ich eigentlich erwartet habe. Jetzt haben wir wieder den Koop drin, halt einmal. Ja, eigentlich habe ich mich ein bisschen überlegt. Ich dachte mir, ja, Knofenza kannst du eigentlich wieder rausnehmen, weil ich habe zwei Gift-Pokémon im Team und das ist eigentlich für mich so doof. Deswegen werde ich mir auch tatsächlich ein bisschen umbauen und ich werde Pikachu ins Team nehmen, statt Knofenza. Nidu-Kring behalte ich, ich werde mir definitiv noch alles, was das Pokémon holen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wieder den Koop-Trainer dabei haben. Ah, da gab es dir gerufen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt? Da kann man gegen einen super stark Trainer antreten, den sogenannten Arena-Leiter. Ja, gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg dran vorbei. Ja, schau mal, Evoli ist auch schon ganz heiß auf den Arena-Kampf. Stimmt doch, oder, Evoli? Ich stehe voll... äh, auf jeden Fall voll hinter euch, ja. Fünf Trinken, die er uns mitgibt. Ich war mit der Laune, weil ich mir ein bisschen den Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Also, viel Glück euch beiden, ihr schafft das schon. Okay, ich habe jetzt keinen Bocker dabei, das ist aber gut. Das heißt, wir brauchen ihn noch nicht. So, ich habe, wie gesagt, meine Kενzitzel nun gebaut. Ich habe Klofenser rausgenommen und habe mir dafür mein Pickup schon zurückgenommen. Ich werde tatsächlich auch mit Reitschuhlern nehmen und hin kämpfen. So, eigentlich ist der Plan eigentlich gewesen, Klofenser mitzunehmen, aber, ja. Naja, gut. Dann haben wir zumindest erstmal drei Teamücklicher, ich werde mir dann ein anderes Pflanzen-Pokémon suchen. muss ich mal gucken, welche sich dann später nehmen. So, erst mal haben wir unsere Team wieder fit und wir gucken uns mal ein bisschen erst in der Stadt. Und das war jetzt auch irgendwie Richtung Arena. Wir fangen diesen Pokémon an. Guck mal, der Rekernleiter von Mamorica City ist ein Problem im Umgang mit Gestattens-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen sie verschaffen willst, solltest du Attacken der Typ Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Effektewirkung zwischen den Typen gut anprägen, wenn du gegen einen Arena-Liter bestehen willst. Okay. Ja gut, Rocco, das ist klar, was er einsetzt. Ja, kennt nicht die Original-Sorvis. Naja, los geht's. Auf jeden Fall. Was? Team Rocco ist auf dem Bootberg. Hm, ich telefoniere gerade. Stör mich nicht. Äh, was? Rocket Head? Bootberg? Okay. Ich darf schon ein Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht es mir nichts, was einen Zweck zu geben. Das ist ein bisschen nun gegen Pikachu und tauscht mein Pipi dafür. Okay. Okay. Ja, manchmal erfährt man Dinge von den argeiligen Trainern. So, was hast du hier zu sagen? Gar nichts. Für die meisten Leute in Mamorica City ist das Training wie von Pokémon nur ein Hobby, so wie für die Käfersammlung. Aber wieder Leute, Rocco ist da gar nichts anders. Mit dem Game sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Aber manchmal macht es auch Spaß, einfach einen ganzen Haufen Poké-Belle zu kaufen. Ja, stimmt wohl. Nidoransitz? Wir haben unser Pokémon für Tausche erhalten und kommen, nur schwer mit ihm zurecht. Das kommt beim Training zwar schnell recht voran, doch schwachen Trainer gehöre ich das nicht. Hm, wenn wir doch noch ein paar Orden hätten. Ja, das ist tatsächlich manchmal so. Ich weiß gar nicht, ob er dann irgendwann mal zu den Ingame täuschen, tauschen, tausches, wie auch immer, wie viel schon meine kommen. Ja, schauen, ob er dann irgendwie was haben. Ich kenne das Spiel tatsächlich nicht mehr so gut. Oh, wie ist ein... Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Äh, nein. Ich verspreche Lockparfüm, um den Pokémon zu meinem Blumen zu locken. Okay. Und weißt du, was ich hier mache? Lass mich raten, ich verspreche Schutz und die Fernseher halten. Ich verspreche Schutz, um den Pokémon von meinem Blumenfernseher halten. Okay, die eine lockt sie an und die andere schickt sie weg. Aha, okay. Na gut. Ich verspreche. Klösch ein. Oh, so schön kühl. Das ist das Segen, dass man mal rassiert, die im Schatten eines Berges liegt. Dies ist so, äh, immer noch angenehm frisch. Nein, Flacki findet so tolle Sachen für mich, wenn ich mit den Bezügen hier. Das hört wohl aus. Aha. Gut. Pokémon ist einfach schwer zu fangen, wenn du sie mit dem Pokémon genau in der Mitte triffst. Achso, einfacher. Trotzdem, gibt es keine Erfolgsgarantie? Ne, das gibt es nicht. Mit Wuchsenabfragen werden Pokémon neue Attacken. In meinen Attacken kann man allerdings nur per TM beibringen. Ja, auch das ist absolut richtig. So, da wollen wir also hier oben haben. Wir haben noch irgendwas verstecktes. Hier ist noch ein Schneiderbusch. Das heißt, hier kommen wir ja erstmal nicht weiter. Okay. Und das hier ist das Wissenschaftsmuseum. Natürlich ist die Arenaleiter. Äh, die Arena. Aber hier haben wir noch nie wieder mit dem Fleckmann. Ja, du wirklich weg. Man muss da immer so störst sein. Oh, hallo. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ja. Äh, es ist so. Eigentlich hätte ich ja besuchen, man muss das so im Museum geplant. Aber nur mein Fleckmann hier beschlossen, sich nicht mehr perfekt zu bewegen. Könntest du vielleicht hierbleib? Auf mein Fleckmann, ob man will sich wiederkommen. Das dauert bestimmt noch nicht lange. Ja, aber klar. Bedankt, das ist ja freut mich von dir. Ganz schön, dass ich hier beiden anwälte, schon allein ja. Eigentlich ist das eine Frau, klar. So, die möchte ich jetzt erstmal ins Museum. Ja, beim Fleckmann habe ich auch lange überlegt, was ich jetzt tatsächlich ein Team nehmen möchte. Mal gucken, was ich noch machen. Vielleicht kriegen wir es tatsächlich dazu, uns mit Fleckmann einzudecken. Als nächstes Jahr, die Wasser- und die Typen Wasser-Psycho-Eingebrüllen. Aber gucken wir mal. Fleckmann schadet aus Ruckzugs vor sich hin. Das verfolgt jetzt zusammen mit Fleckmann gefallen. Okay, das ist so gut, aber liebes Fickmann aufgepasst aus. Ja, das ist für dich. Oh, meine Riesenperle, sehr schön. Ich glaube, es ist wirklich richtig Geld sogar. Komm auch wieder vorbei mit dem Zeitpunkt. Ja, okay. Gut, dann machen wir weiter mit... Ah, wir haben das Zeit, ne? Ja, wir haben heute das. Wenn wir das Naturkunde-Museum kommen. Willkommen. Kinderbeträgt 51 Dollar. Möchtest du ja auch schon noch ansehen? Ja. Das war uns nicht doch. Komm, jetzt machen wir doch mal mit Fiefergün. Was bist du jetzt, Weiner? Du, Quatsch, ich bin. Okay, der wird verschillt zu dem anderen Museum da. Oh, cool. Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solzen majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Jo. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Okay. Cool. Was haben wir hier? Ein Meteorät vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Davon brauchen wir auch definitiv noch einen, wenn wir unser Nidoranwetter entwickeln wollen. Ah, so, alleluja. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Das ist ja auch ein gewöhnlicher Stein. Ja, aber hilfreich, um uns zu entwickeln. So, nochmal hier. Dein Evoli scheint ja nicht besonders an dir zu hängen. Eigentlich könntest du doch mal der Tochter beilassen. Äh, ach, nein. Oh, ich hätte so gerne eine Evoli. Ist doch so furchtbar süß. Vielleicht ist mein Papa, bitte. Ja, ja. Ein Evoli. Ich bin doch dir alles versprochen. Okay, das ist mein Evoli. Keiner. Na, man setzt sich der erste Mensch an dem Fuß auf den Mond. Und nun viele Jahrzehnte später steht als nächstes See der weit entfernte Rote Planet an. Ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es das Neue ist im Thema Welt rumgibt. Jetzt sind wir hier. Meteoritenstücke. Ja, klar. Und hier ist eine Rakete. Das ist klar. Eine Raumfähre. Das ist der Shuttle. Ja, dann haben wir alles auch durch. Jetzt haben wir hier noch. Dreidimensionales Hologramm ist direkt in der Weltraumkarte. Okay. Was haben wir hier? Ach, hier oben ist auch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Was haben wir hier? Die Geo ist Weltartrag von auch vom Urknall bis aktuell zur Erde. Ich weiß ja, zu wenig darüber, dass ich euch das irgendwie in den ganzen Schritten erzählen könnte. Das kann es mal weggehen. Gut, dann sind wir auch mit dem Museum durch. Die Frage, was machen wir heute? Kann ich die Olle nicht irgendwie ausblenden? Das wäre mir lieber. Weil ich würde ja gerne den Korbmodus rausnehmen, weil das nervt nämlich auf Dauer. Ich bin verzogen. Ich hätte so gerne jetzt die Olle dabei rausgenommen, wenn mir das auf den Sack geht, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Weil mich stört sie einfach, wenn ich ehrlich bin. Gut, dann haben wir eigentlich glaube ich mal Moria. Das steht ja auch so weit durch. Ah, die Frage, was machen wir heute? Was machen wir heute? Machen wir heute noch irgendwas? Wir haben glaube ich mit allen Typen jetzt gequatscht. Was ist mit dieser jungen Dame hier? Wo ist das so, dass die angeblich vom Mond stammen sollen? Die ersten Liefen wurden wohl gesichtet, nachdem Mondscheine auf den Mondberg gefallen sind. Ich glaube, items haben hier um keine, oder so? Schauen wir mal nicht. Okay, ich höre, so würde ich die Büsche laufen. Warum nicht? Oh, das ist noch ein item. Was ist denn das? Wo bin ich denn jetzt hin? Okay, dann müssen wir das mal gucken. Moment, Moment. Das item möchte ich mir gerne mitnehmen. Weil ich kann hinter die Büsche laufen. Das heißt, ich kann mir hier unterbrochen, oder warum das heute Molen, das ist ein Blick. Und das ist das Ganze, das ist eine Kapsel X-Apair. Ja, nervt mich nicht mit deinem Scheiß. Ich muss bis vor ich den Arena da rausfordern, weil das ist es zu einfach. Ich ehrlich bin, ich mag es tatsächlich nicht, diesen Koop-Modus zu spielen. Es ist mir tatsächlich dann zu einfach. Gut, dann machen wir tatsächlich mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann versuche ich mal, die Leute da irgendwie mit dem, äh, mal irgendwie wegzukriegen. Wir sehen uns dann wieder. Und dann geht's in die Arena von Memoria City.